Die nächste Frage stellt die Frau Abgeordnete Ilderen. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. Danke sehr, Frau Ministerin. Wenn Ministerien aus Steuergeldern überteuerte Inserate an Parteizeitungen zuschanzen oder öffentlich hochdotierte, attraktive Jobs an Günstlinge zugeschanzt werden, dann sind es perfide Formen von Korruption, die für die Demokratie gefährlich sind. Wann genau werden Sie mit der Justizministerin die leider vorhandenen Lücken korruption und Korruptionslücken schließen? Frau Abgeordnete, Sie sprechen an auf die Verhandlungen zum Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz. Die Verhandlungen laufen bei den Club-Obleuten der beiden in der Regierung vertretenen Parteien. Es ist aber auch so, dass die Expertinnen und Experten des Verfassungsdienstes und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier immer wieder hinzugezogen werden. Und ich kann Ihnen nur aus diesen Sitzungen berichten, von denen mir auch berichtet wird, dass man sehr weit fortgeschritten ist. Es wird, was ich heute auch gehört habe, wieder eine Sitzung stattfinden am heutigen Tag, damit hier der Wille des Gesetzgebers auch tatsächlich abgeschlossen werden kann. Also es wäre unseriös für mich jetzt hier einen Zeitpunkt zu nennen, wann das der Fall ist. Ich sage Ihnen nur, auch als ehemalige Strafrichterin, Strafrecht ist natürlich das schärfste Mittel, das man kennt. Und man will hier natürlich auch bestimmte Sachverhalte strafbar machen im Zuge der Korruption. Man will aber nicht alle strafbar machen und man will vor allem nicht, dass politisches Handeln unmöglich wird. Und wir haben da Dinge drinnen, die wirklich international absolutes Neuland bedeuten. Wovon spreche ich? Ich spreche vom Mandatskauf. Das gibt es auf der ganzen Welt nirgends. Und das bedeutet natürlich eine Vorverlegung der Strafbarkeit in einem sehr frühen Zeitpunkt. Und da braucht es klare Abgrenzungen, damit dieses Gesetz auch gut anwendbar ist. Da sollte jemand bestraft werden, der sich einkauft, der aus unlauteren Mitteln auf eine Liste kommen will. Aber es sollte nicht jemand anderer in ein komisches Licht gerückt werden, weil er vielleicht seit Jahren Mitglied in einer Partei ist und auch Mitgliedsbeiträge zahlt. Das klingt jetzt so banal, aber es ist wirklich der Teufel im Detail. Und die Expertinnen und Experten sind dran. Die Verhandlungen sind, was ich höre, kurz vor Abschluss. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete? Ja. Sie sind ja auch EU-Ministerin. Und es sind ja eine Reihe von EU-Richtlinien nicht umgesetzt worden. Kennen Sie die Zahl der Fristen bzw. jener Richtlinien, die noch nicht umgesetzt wurden? Und ganz besonders spreche ich hier die Whistleblower-Richtlinie, wo die Frist ja seit über einem Jahr verstrichen ist. Könnten Sie da dazu eine Stellungnahme abgeben, wie es Ihnen als Europaministerin dabei geht? Ich kenne die ganz genaue Zahl der nicht umgesetzten Richtlinien nicht. Aber ich weiß, dass es konkret im Moment zwei gibt, wo wir über der Frist sind und wo wir auch versuchen, eine Lösung zu finden, dass diese Richtlinien möglichst schnell umgesetzt werden. Eine davon ist die Whistleblower-Richtlinie, die Sie angesprochen haben. Das ist mir bewusst und das ist auch uns in der Regierung bewusst. Und wir wollen hier auch eine rasche Lösung finden, damit wir natürlich dem Rechtszustand entsprechen, der von der Europäischen Union hier auch gefordert ist, was den gemeinsamen AKI betrifft.